Das wird ja immer schlimmer Ich sehe aber einigermaßen wieder festland Ich muss mal fragen, wieso leuchtet das da hinten? Weil die Korallen leuchten Ah, ok Ja, sieht das gut aus oder eher so, naja Also mit, ich weiß jetzt wie es bei dir aussieht, aber bei mir sieht das Licht irgendwie komisch aus Wie ein Shader-Mod, weil hier vorne ist es stark dunkel, wenn du hier stehst Nö, bei mir passt Aber ich würde das noch Denke ich mal ein bisschen Ich brauche, wir brauchen Holz Ich gucke immer nach Suche nach Holz Weil dann baue ich das noch ein bisschen um, weil so Sie ist ein bisschen scheiße aus Obwohl, ich sehe langsam das Haus Ja, ich sehe es Wir brauchen einen Leuchtturm Ja, das auch So, ähm Und ich hab ne Idee, Carsten Carsten, kannst du mir einen Gefallen machen? Welchen? Er holt Holz, ich mach schon Ja, genau Geh mal zu meinem Gehege, meinen neuen Ach, scheißen Dreck Ja? Tu mal an der Seite irgendwie das Laub wegmachen Ne, wir machen es anders, du gehst doch eh durchs Wasser, oder? Ja, dann kann ich auch gleich die Abbiegung machen Von wo kommst du? Osten Ja, Osten Toll Richtung, wenn du Neverportal schaust Von da in Richtung Osten Ach ne, aus der Richtung vom Neverportal Ja, wenn du von da aus zum Neverportal schaust, ist es ungefähr die Richtung, da wo ich herkomme Ja, ich hau halt das Gehege kaputt dann Naja, es zeigt halt da an, dass das Osten ist, wo ich hinschaue Ich hau halt an das Gehege kaputt Bzw. ich schaue nach Westen, und wenn ihr da hinschaut, ist es Osten Ja, wie gesagt Scheißen Dreck Jetzt kommt Zombie auch noch Da ist der Carsten Ah, scheiß Zombie Dann müsste es eigentlich dahinten sein, ich guck mal ob ich das seh Und da klingelt das Telefon, macht aber nichts Okay, ich muss wahrscheinlich Holen Ich seh dich, ich komm Dann gehst du hin? Ja, nimm Karotten mit Okay Gib ihm die Karotten am besten noch Ne, gib ihm die Karotten noch, schmeiß er raus und dann Kümmern wir uns um den Rest Bis dann Ja, Servus Tja, so ist das Manchmal muss man Verluste mit einberechnen Das war kein großer Was denn? Das ist so Und, äh, nur damit das klar ist, das kommt bei uns an Gehege rein, das Viech Und dann werden Millionen gezüchtet und dann kriegt er eins Oh, Packe, ich hab auch ein paar Mitbringsel So, ich bin wieder da Ja, ja, ich komm, ich helf Ne, Karsten, glaub Ne, wie viele Schweine waren das überhaupt? Ei Okay, dann seh ich sie alle Und eine Spinne Ja, lauf einfach weg Äh, wir tun dir aber eins bei uns rein, hier beim Gehege Zumindest Und dann den Rest kannst du ja haben für dein Gehege Ne, ich will ja das alte Gehege abbauen Ja, aber erstmal müssen wir sie vermehren Loll Ähm So Boah Ein Schwein verkisst sich Problemchen, ne? Was? In unserem Trunraum Müssen wir glaub ich nochmal vier extra Lichter rein machen, da ist grad ein Zombie gespawnt Ist ja Cutting Ist ja Cutting, können wir neu Punkt Ja, ich dachte nur so What? So hast du die So hast du die? Ja Das sind's drei? Ja, das sind drei Bei mir ist alles ein wenig schwarz-weiß nachts, das ist ein wenig blöd Ja gut, bis Auf jeden Fall in die richtige Richtung Aber ich hab ja auch grad Panik geschoben, ey Da steh ich muss fort hier und dann so Naja, ich ruf nur an, ist alles okay Ist ja noch aufs Ops Glück gehabt, dass du schon Richtung Festland bist Hey, hier ist ein Schweinschwein, ich geh mal wieder kurz fort, weil da kommt ein Zombie Den erledige ich kurz Was ihr da hinten macht Ja, Schweinschwein Naja Baby-Zombie, das kommt mir so vor, als wäre das ein Baby-Zombie Keine Ahnung Der Fels ist auch, da gibt's ja Ein Baby-Creep hab ich noch nicht gesehen, gibt's sowas auch? Das kann sein Baby-Zombies Hm? Ich hab von Baby-Zombies noch nie was gehört, außerdem ist das Ding übelst mächtig Er hat ja rote Augen Nein Nein Dann ist ein normaler Fels Hm, okay, es ist tot, es ist tot Aber jetzt Baby-Zombies gibt's Echt? Achso, ja, 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 achso jetzt, jetzt muss ich mir auch einklicken Die hab ich vorhin noch nie gesehen Echt? Ja, gab's auch vor nicht Haben sie jetzt neu eingefügt irgendwann mal Es gibt eigentlich alles in Mini-Version So gesehen Echt? Ich kannte die bisher nicht Wie gesagt, siedeln wir halt erstmal die ganzen Viecher in das alte Gehege noch mit ein und dann können wir ja umsiedeln Die große Aktion Oder willst du unbedingt, ja, okay, du willst unbedingt Ja, warten nur jetzt Ey, äh, Carsten hat ja jetzt Karottenzeug Ich bin jetzt nur Leitwache hier Alter Altes Gehege, Carsten Ende Mach mal Altes, mir ist es Wurst Ah, fuck Ja, wir siedeln dann irgendwann auch Komm, hier bin ich Haben Hummister hier Ey, ich hab nur Schaufel, damit kann ich euch erschlagen, aber nicht füttern Ja, aber die Möcke anscheinend schaufeln auch Ach, hier, ich hab jetzt hier einen Diff Und das hier, bauen wir erstmal ins Haus eine unendliche Wasserquelle Alter, da kommen die wieder, ey Ich pack's nicht Boah, da und so bleibt eines der Scheißviech stehen Äh, das hat mich vorhin schon genervt Gib dir dann Karotten, wenn da drin ist, halt aber jetzt noch nicht, also Futter So Bauen wir mal hier ein bisschen unser Haus um So Komm, klappe jetzt hier Boah, Arx, Arx ist doch viel besser als der Schaufel, stirb Scheiße, Alter, wie viel Sinn da Komm davon, was du meinst Alter, ist das ein Kopfloser? Ja Hatte ich, hatten wir auch im Haus Ich meine die auch überall Da geht's denn schon wieder zwei Ja, wo bist du überhaupt? Ach, da drüben Ach, da drüben Ja, es ist gerade So So Umbaumaßnahmen am Haus Tüdin Hab ich überhaupt genügend von dem Zeugs mitgenommen? Ich glaub nicht Oder? Wo waren das jetzt hier? Gärtnerei Bedarf Oder hab ich das bei mir in die Truhe reingeklatscht? Fuck, ich hab zu wenig mitgenommen Nein Ich dachte ja kaum mal da ein Loch nahe in die Wand Jetzt von Wasser rum zu schwimmen Komm, Ham Ham gibt's da hier Ham Ham heißt Essen Für alle die's nicht wissen So, hier, jetzt kannst du rein Ich hab einen direkten Weg Alter, wieso ist das hier offen? Ich hab das gemacht Das eine Ich mach's wieder zu Ich hab den Zaun Ja, mach's zu Warte, ich komm runter am besten gleich Weil ich bau grad hier oben an was Äh Hoffentlich coolem Warum hast du da seitlich so ein scheiß Ding gemacht, Alter? Du hättest vorne reinlaufen können Ohne Scheiß, ne? Und dann wundern sie sich, wenn man die Welt in die Luft springt Boah, ne Ja, ich hau Das behebst du, ne? Sonst knallts Ja, klar mach ich das Alter, da fehlt doch eins Alter, da fehlt doch eins Ich hau seitlich was rein, ne? Vorne ist ein riesen Torbogen Ich weiß, aber erstmal sind zwei eingesperrt Vorne ist ein riesen Torbogen Vorne ist ein riesen Torbogen Och, ist mir egal Alter Wo kommt das jetzt? Ja Scheiß Scheiß Mann Ist es abgekaut? Wo ist es hin? Da Ich komm da nicht hin Komm schweig hin Kannst du ihn zubauen, da steht er hier auf dem Ding drauf Ey Ah, Mann Ah, Mann Hier hin Hm Alter Jetzt sind die zwei draus Alter Ist ein Zombie Dann kill, ne? Ja mach ich doch Auch Das hört sich ja sehr interessant an Alter, jetzt will des flüchten und drehen So Wo willst du nur hin, ne scheiß Viech, ey Ihr seht schon sehr professionell aus, wenn man das von hier oben begutachtet Nicht Komm, hier geht's rein Das hier Was ist nicht, ich hab's geschafft Ah, schön für dich Naja, nur was du über einen Block können die voll drüber laufen, ne? 1, 2, 3 Ja, ich hab aber keinen Zahngrad Dann hast du wahrscheinlich auch schön Ich hab mir schon hingemacht Aber ich meine ja bloß Ja, ich meine ja auch bloß Ich hab' den mal Futter Also ist das eigentlich schwer, ich hab' den mal Futtern Da hier Futtern gibt's Ich hab' leider nur zwei Und da so ein Pech gehabt So Mal gucken wie das jetzt hier ist Weiß ich das mal was Auf jeden Fall haben wir jetzt Schweine Haben wir irgendwo ne Schere? Ja In meinem Inventar Eigeninventar Ist das schön Hier Hier Ja Ja Meine Güte Liegt auf der Druckplatte Da darfst du nicht hoch Weil das ne Überraschung ist Hoffentlich Also ich weiß noch nicht Soll eine werden Töte den Creeper Töte den Creeper Toll, töte den Creeper Boom Sauber Selber Schuld Okay, da drüben interessiert's mich relativ wenig Relativ Heißt immer noch, es interessiert mich Zu viel Alle mit euch, ne Das ist so grausam Die ist es auch nicht viel besser Die ist es auch nicht viel besser Das kann man gar nicht anders beschreiben Das ist so grausam Die sind es auch nicht mehr Ich mach's dann schon irgendwann Irgendwann wieder Auch neu graben Okay, alles klar. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal was machen. Hm, naja. Das war dann jetzt nicht so ganz realistisch, aber was solltet. Was sollt's. Also, ähm... Habe ich noch ein Boot? Nein, habe ich nicht. Ist egal. Ich weiß ja ungefähr, wo es war. Mach die Hecke wieder, ne? Ich habe jetzt extra geholt. Für die Scheißhäcke hier. Da liegt noch oben genug, aber ist egal. Jetzt habe ich noch mehr. So, ich brauche jetzt nochmal was fürs Korallenriff. Gedönszeug, und dann... Müssen wir mal gucken. Dann müssen wir mal gucken. Ich hätte mir vielleicht doch ein Boot machen sollen. Oh Gott, dauert das lang. Das dauert so lange. Ich kann das gar nicht beschreiben. Es dauert so lange. So. Schlimme Tier hier. Wow, fortgeschrittenes Handwerk. Jetzt, nachdem ich schon 50.000 Craftingboxen gebaut habe. Ja. Das Spiel überrascht mich immer und immer wieder. Und los geht's. Na komm. Gib Stoff. Dingens, Kirchens, Gedöns, Zeug. Das sehe ich doch schon als Korallenriff. Ich bin übrigens dafür, dass man noch in das Boot einen Turbo-Knopf einbaut. Ich brauche einen Turbo-Knopf. Ach, Bränner. Weil... Du hast deine Bratpfanne bekommen, ich will meinen Turbo-Knopf. Okay. Einfachste Begründung überhaupt. Ich zoome mir auch noch irgendwas aus. Du kriegst aber nix. Das sagt er, aber er hat kein Mitspracherecht. Er hat kein Mitspracherecht. Ich bin ja Surfer, als wenn ich die Mods reindue, dann sind sie drinnen. Es sei denn, sie sind nur kleinbasiert. Ja. Aber das interessiert mich dann auch nicht. Oh, 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 oh. Nein. Nicht nochmal. Wie ich das hasse, ne? Ich sollte mir vielleicht eine Stelle raussuchen, wo mehr oberflächlich was ist. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja.